Wenn du etwas kaputt gemacht hast, vielleicht dein eigenes Eigentum, weil du wütend warst, vielleicht hast du gegen eine Tür getreten oder gegen einen Schrank oder hast sonst etwas in deiner Wohnung zerstört. Oder du hast etwas gegen deinen eigenen Leib angerichtet und dort kaputt gemacht. Selbstverletzung, bewusst oder unbewusst. Oder du hast dir deinen Körper zerstört durch Rauchen, Alkoholismus, Drogenkonsum. Oder du hast deine Psyche zerstört durch Ärger, Selbstaggression, Kummer und diese ganzen Dinge. Oder was ist, wenn du das Eigentum von anderen Menschen kaputt gemacht hast? Dort hast du etwas zerstört. Oder vielleicht bist du sogar gegen die Körper anderer Menschen vorgegangen. Vielleicht hast du dich geprügelt und hast irgendwem ein blaues Auge verpasst oder noch Schlimmeres. Oder hast gegen deine Partnerin, gegen deinen Partner agiert in aggressiver Gewalt. Du hast andere Menschen vielleicht verletzt. Und wenn du auch die Psyche anderer Menschen kaputt gemacht hast und das Resümee ziehen musst, dass du von diesen genannten Punkten irgendetwas kaputt gemacht hast, dann habe ich eine einzige Frage nur an dich. Kannst du es auch wieder heile machen? Und wenn du das Eigentum von anderen Menschen kaputt gemacht hast,